Das Emmental und die BKB Seit 1858 ist die Berner Kantonalbank in dieser schönen und ursprünglichen Region verwurzelt und stolz darauf, heute mit insgesamt sechs Niederlassungen im Emmental vertreten zu sein. Was bedeutet das Emmental den Menschen, die hier leben und arbeiten? Das wollten wir von niemand anderem als unseren Mitarbeitenden wissen. Grüße miteinander, mein Name ist Stefan Sempach, ich bin aktiver Handschwinger und Leiter von Niederlassung Kirchberg Alkenflühe. Was ich am Emmental am meisten schätze, sind die Menschen, die ich jeden Tag mit ihnen zu tun habe. Sei es bei uns auf der Bank oder an einem Schwingfest oder als Vorstandsmitglied vom Schwingklub Kirchberg. Beim Sachmel bin ich auch nicht ganz erfolgreich mit meinem Bruder, der Sempach-Mettel. Wenn sie Binanz fragen, aber Hosenlauf braucht, können unsere Kunden jederzeit auf mich und mein Team zählen. Ich bin Maja Jaggi. Vor neun Jahren kam ich als Niederlassungsleiterin auf Utsistorf, zurück in die Region, in der ich aufgewachsen bin. Heute arbeite ich in Niederlassung Burgdorf in einem Teilzeitpensum als Privat- und Geschäftskundenberaterin. Besonders stolz sind wir im Emmental natürlich auf ihn da, auf den besten Käse der Welt. Schon als Kind bin ich in Schaukäse in Zaffoltern zuschauen, wie man Emmentalern macht. Und heute mache ich das zusammen mit meinen zwei Mädchen auch gerne wieder. Und das Tolle ist, im Stöckchen nebendran kann man auch gerade selber Käse machen. Ein Erlebnis, das nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Grossen fängt. Ich finde es gut, dass es bei BKB die Möglichkeit gibt, immer Teilzeitpensum in einer spannenden Funktion zu arbeiten. Mein Name ist Beat Lanz und ich bin seit letztem Herbst Niederlassungsleiter in Sumiswald. Was ich an meinem Emmental sehr schätze, ist die schöne Landschaft und die vielen Höger und Högel, die sich durchs Tal ziehen wollen. Für mich ist das absolut geniale Gelände, mit meinem Bike Touren unter die Räder zu nehmen, zählen zu bambeln und Kräfte tanken für die nächsten Aufgaben, die einem ins Leben bringt. Ich bin jemand, der gerne Eigenverantwortung übernimmt und eine Initiative ist. Genau das kann ich über BKB von ausleben. Ich bin Christina Stauder von BKB Langnoe. Mein grösstes Hobby ist Orientierungslauf. Darum verbringe ich einen grossen Teil meiner Freizeit im Wald und beim Spörtel in der frischen Luft. Ich arbeite sehr gerne mit Jugendlichen zusammen. Nicht nur im Verein, sondern auch hier auf der Bank, wo ich für die Betreuung unserer Lernenden zuständig bin. Als eine der grössten Ausbildungsbanken bildet BKB im Kanton Bern mehr als ein Viertel von allen Banklernenden aus. Ich habe vor fast 20 Jahren hier die Lehre angefangen. Das Emmental. Nicht nur eine der schönsten Regionen im Kanton, auch ein innovativer und erfolgreicher Wirtschaftsraum. Viele Unternehmen, die hier ansässig sind, gehören in ihrer Branche zu den Besten der Welt. Zum Beispiel Blaser Swiss Loop aus Hasler-Rüegsau, Weltmarktführer für innovative Kühlmittel und Schmierstoffe. PB Swiss Tools aus Vasen. Qualitätswerkzeuge für den Heimwerker und den Profi. Moser Bär aus Sumiswald. Führend in Präzision und Technik. Jede Uhr ein handgefertigtes Meisterstück. Wichtige Arbeitgeber in der Region sind Zaug-Ecki-Wiel und Erbi aus Burgdorf. Fahrzeuge und Maschinen für den Einsatz in schwierigem Gelände. Eines der erfolgreichsten Unternehmen im Emmental ist Ipsomed, Produkte für Menschen mit Diabetes. Kaum jemand hat bei der Firmengründung an die Vision der Brüder Peter und Willi Michel geglaubt. Die Kantonalbank Bern hat sich dann sehr bemüht, dass wir zusammen mit der Bürgschaftsgenossenschaft St. Gau und Bern einen Kredit haben bekommen. Damit ist die Kantonalbank unsere erste wichtigste Bank ein Partner gewesen. Als Hausbank von vielen Emmentaler KMU hat die BKB zahlreiche Unternehmensgeschichten von Anfang an begleitet. Zum Beispiel Jenny Energietechnik aus Oberburg. Also die Firma Jenny habe ich am Anfang 1976 als Einmalbetrieb völlig allein gegründet. Und der erste Kontakt mit der Bernischen Kantonalbank war dann etwa zwei Jahre später. Ich hatte einen Zufall, weil ich ein Schick eingelöst habe. Und zu dieser Bank ging, die bei uns am nächsten war, an der Strasse. Und aus dem aus ist das ein Zufallsvolltreffer gewesen, wo ganz eine schöne, jetzt schon bald 68 Jahre dauernde Zusammenarbeit ist entstanden. Was ich sehr schätze, ist, dass einfach die Ideen, die die Firma Jenny hat, von der Kantonalbank sehr gut verstanden werden. Und wir da wirklich einfach eine kooperative Zusammenarbeit haben. Mein Name ist Adrian Muster. Ich bin Regionenleiter Emmmental und Leiter der Niederlassung Burgdorf. Am meisten beeindrucken wir am Emmmental, wie hier gearbeitet und gekrampft wird. Viele innovative und erfolgreiche Firmen sind bei uns ansässig. Die Wirtschaft im Emmental wächst und mit ihr die Bevölkerung. Deshalb braucht es in der Region ein modernes, intaktes und unabhängiges Gesundheitsnetz. Die BKB hat den Neubau des Regionalspitals Emmental in Burgdorf von Anfang an unterstützt und maßgeblich mitfinanziert. Schließlich sind die Spitäler Burgdorf und Langnau auch die größten Arbeitgeber in der Region. Die BKB und das Emmental. Seit 1858 sind wir hier verwurzelt und stolz darauf, wer schaffte, Emmentaler zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017